Du bist kein Anfänger mehr, wenn es um Microsoft Excel geht. Jedoch bist du trotzdem nicht ganz sicher, wie man eine Dropdown-Liste in Microsoft Excel erstellt. Keine Sorge, das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt viele Funktionen in Excel und es ist leicht, den Überblick zu verlieren. Aber das Erstellen von Dropdown-Listen ist eigentlich ziemlich einfach, wenn du weißt, wo du anfangen musst. Mit ein paar einfachen Schritten kannst du deine Daten schnell und effizient organisieren, ohne viel Zeit zu verschwenden. Also sehen wir uns das nun gemeinsam an, wie du eine Dropdown-Liste in Excel erstellen kannst. Schritt 1 ist, wir müssen uns einen Bereich definieren, welcher in der Dropdown-Liste dargestellt werden soll. In diesem Fall wähle ich diesen Bereich hier in der Spalte D5 bis D8 und zwar gebe ich hier ein Pizza, Burger, Eis und Suppe. Das ist nun mein gewünschter Bereich, den ich in einer Dropdown-Liste letztendlich darstellen möchte. Nun muss ich als nächsten Schritt definieren, wo ich meine Dropdown-Liste sehen möchte. In diesem Fall wähle ich die Zelle F5 aus und diesen Bereich muss ich nun in der Zelle selektieren. Und als nächstes navigiere ich im Menü im Bereich Daten. Dort gibt es nun in den Kategorien Datentools, gibt es hier ein Symbol, das nennt sich Datenüberprüfung. Ich wähle diese aus, Datenüberprüfung und erhalte nun ein weiteres Menü. In diesem Menü kann ich dann noch weitere sozusagen Einstellungen vornehmen. Da wäre zunächst, welcher Gültigkeitskriterien ich mir vornehme. In diesem Fall möchte ich eine Liste und kann hier noch einstellen, ob auch leere Zellen ignoriert werden sollen oder nicht und ob es ein Zellendropdown sein soll oder nicht. Ich gebe dann nun in der Quelle meinen Bereich an, in diesem Fall D5 bis D8 und kann nun mit Bestätigen diese durchführen. Nun haben wir sozusagen für diese Dropdown-Liste entsprechend die Auswahl. Ich gehe noch einen Schritt zurück und zwar wiederum in die Datenüberprüfung und kann auch hier eine Fehlermeldung optional einstellen. Die wird dann angezeigt, wenn der Benutzer versucht, eine ungültige Auswahl zu treffen. Das ist besonders nützlich, wenn es wichtig ist, dass die Daten in der Tabelle korrekt bleiben. Ein weiterer Hinweis ist, du kannst auch hier in der Quelle auch eine Tabelle und andere Bereiche sozusagen als Quelle verwenden. Nun hast du gesehen, wie man eine Dropdown-Liste erstellt. Bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Ich habe dir des Weiteren auch noch eine PDF-Datei unter diesem Video bereitgestellt, wo nochmal alle Schritte erklärt sind falls du zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nachschlagen möchtest. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast eben eine Dropdown-Liste in Excel erstellt. Jetzt kannst du die Liste öffnen, um eine der Optionen auszuwählen, die du zuvor definiert hast. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.